Metal-Freunde, und willkommen beim Flecken-Café. Rainer hat ein neues Video rausgemittelt. Doppelmoral der Hater. Wir gucken natürlich beim ehrenwerten Spiegellort 9, auf das Spiegellort 10 noch in weiter Ferne liegt. Spiegellort hat auch schon das neue Drachens Comments 5 hochgeladen. Da habe ich auch versucht ein Kommentarvideo drüber zu machen, aber ganz ehrlich, Rainer stammelt sich da wieder durch seine Videos und das ist anstrengend und das möchte ich nicht. Und ich musste auch abbrechen, weil mein Nachbar musste zwischendurch irgendwie 5000 Nägel in die Wand hämmern, das war die ganze Zeit in der Aufnahme drin, da hat kein Spaß gemacht. In die Doppelmoral der Hater gehen wir jetzt frisch rein. Noch nicht gesehen, noch nichts von gehört, keine Ahnung was das ist. Schauen wir mal, Metal-Up. Angeblich sind die paar Affen nicht echt von meinem Haus. Wenn das veröffentlicht wird, sind wir so eine Polizei, Alter. Oh, da war der Kiefer aber ganz weit draußen. Wenn der schon so undeutlich spricht. Ja, ja, die Affen nähe ich ja, ne? Rainer. Aber nein, du hast ja nichts gegen Menschen. Menschen sind Menschen, egal wo sie herkommen oder aussehen oder was sie sind. Ja, 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 ja. Und ich liebe auch die Ansicht von seinem Vorgarten. Man vergisst manchmal, dass das hier vorne, das gehört auch alles zu seinem Grundstück und hier ist so ein, da könnte man so schön was draus machen. Da könnte man schön sitzen, wahrscheinlich ist das hier alles schon komplett vermodert und morsch und also da könnte sich nicht mal eine normalgewichtige Person mehr draufsetzen. Das muss alles weg, das muss erstmal wieder, wie nennt man das, wenn so ein verwildertes Grundstück wieder, wieder bebaubar gemacht wird. Wenn da erstmal alles rausgerissen werden muss mit dicken Baumaschinen, das, das muss sie hier machen. Sonst ist dann nichts mehr zu retten. Rainer hat das so verwahrlosen lassen, da erfindst du manchmal keine Worte mehr für. Das kann nicht sein. Metal oder Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal Reiner? Na, da putscht nicht. Da knatscht der Stuhl. Der geht aufs Ende zu. Ja, heute... Da freue ich mich ein bisschen drauf. Ich freue mich drauf, wenn das Ding irgendwie in einem Livestream am besten... Er hat zwar gesagt, er wird demnächst kaum streamen, aber wenn das Ding in einem Livestream richtig den Geist aufgibt. Was das für ein Meltdown geben würde, am besten noch an seinem Geburtstag, das wäre traumhaft. Das wünsche ich mir. Dieses Jahr wünsche ich mir zu Rainers Geburtstag, dass sein Stuhl im Stream den Geist aufgibt. Oben, wie spät ist es um 15.44 Uhr. Hier ist es 15.15 Uhr. Und die Sonne scheint. Mal wieder ein Video. Kein Vlog, sondern ein Video, das auch erst einmal nur für Leute, die die Mitgliedschaft für den Meisterrang haben. Ich merke, dieses Video ist jetzt schon zwei Tage alt demnach. Oder kommt das irgendwie... Vielleicht ist ja tatsächlich irgendein Hater so dämlich und hat sich da die 50 Euro aus der Tasche geleiert, um Rainers... Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dieses Video ist wirklich zwei Tage alt jetzt und ist nicht irgendwie über Geld an den Spiegelort geraten. Ich hoffe nicht. Äh, ein, zwei Tage früher freigeschalten wurde. Vorhin das. Äh, zunächst mal hab ich Dutzende von E-Mails, Briefen, Gedichten, Geschönen und was weiß ich alles noch bekommen. Schnell noch eben Like und Ausschmaßen. Gedichten ist Blödsinn. Ähm, wo es drinnen heißt, meine Schwester hätte irgendwas im Internet irgendwo irgendwann irgendwie über mich jetzt gepostet, von wegen, dass ich lüge. Ähm, das scheinen Mails zu sein von Leuten, die diesen Post nicht gelesen haben. Der Post ist von einer anderen Person geschrieben. Das wirkt auch nicht so, als hätte seine Schwester das geschrieben. Dazu wird da über seine Schwester viel zu sehr in der dritten Person geredet. Ähm, wer es noch nicht kennt, Sperrcast und die Jeniche haben es beide jeweils vertont und hochgeladen. Stehen ein paar brisante Sachen drin, ob es alles stimmt, weiß man nicht. Aber wenn man bedenkt, dass die Gegenseite ist Quelle Rainer, kann beides gelogen, kann beides falsch sein. Wer weiß. Kann auch beides stimmen. Ne, beides kann nicht stimmen. Aber, ne, wenn Rainer sagt, das ist nicht so, dann ist es wahrscheinlich so, wie es da in dem Text steht. Und da stehen tatsächlich ein paar Sachen drin, da wirst du echt mad. Also wenn es dann um die Tiere geht, die er da hat verwahrlosen lassen, ähm, das kann einem schon nahe gehen. Weil ich die Wahrheit über das gesagt habe, was passiert ist. Du hast ja anscheinend nicht die Wahrheit gesagt, so wie es halt normal ist bei dir, Lügenlord. Ich habe selber auch in meinem Video, glaube ich, gesagt gehabt, dass ich mich auch nicht perfekt verhalten habe, dass ich auch definitiv Scheiße gebaut habe und so weiter. Vor allem in dem Zeitraum, als mein Vater krank war, habe ich mich nicht so besonders gut verhalten. Ja, der war enttäuscht von dir, wie du dich entwickelt hast. Das musst du erst mal schaffen, dass dein eigener Vater, der im Sterben liegt, dass du dich da so daneben benehmen kannst, dass der enttäuscht von dir ist. Aber, äh... Äh... So weit habe auch ich mein Leben noch im Griff. Ja, Rainer, da siehst du, wie tief du Eltern verzeihen einem viel. Viel. Man kann viel Mist machen und deine Eltern werden, wenn es halbwegs anständige Eltern sind. Und ich glaube, Rudi war ein halbwegs anständiger Vater. Der hat sich Mühe gegeben. Wenn du es schaffst, dass so jemand sagt, dass er enttäuscht von dir ist, dann hast du echt verschissen. Aber so richtig. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass die Sachen, die in diesem Text stehen, dass die stimmen. Vielleicht nicht alles. Vielleicht nicht so hundertprozentig, wie es da in dem Text steht. Aber ich glaube diesem Text mehr, als ich dir jemals glauben werde. Dafür hast du schon viel zu oft gelogen. Und jetzt kommt die Rechtfertigung. Jetzt, das wird wieder so ein Rechtfertigungsvideo. Damit dir diesen Titel des Lügenlords vielleicht mal los wird, was auch nie passieren wird, Rainer. Dafür ist es zu spät. Ist einfach zu spät. Ich weiß nicht, was da alles gepostet wurde. Mir wurden ein ganzer Haufen E-Mails geschickt. Ich habe das als Lügen abgetan. Habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass das anscheinend wirklich so ist. Ist mir ehrlich gesagt völlig furzegal. Und deswegen machst du jetzt ein 20-minütiges Video darüber. Weil dir das ja so egal ist. Memeframe. Schwestern zu meiner Mutter genau aus diesen Gründen keinen Kontakt mehr. Weil sie die ganze Zeit allen Leuten Lügen erzählen wollen. Oder Lügen darüber erzählen, was wirklich war. Mir ist es scheißegal, ob mir das hier... Warte, was? Da müssen wir jetzt ein Stück zurückgehen. Hat er gerade gesagt, dass er zu seiner Familie keinen Kontakt mehr möchte, weil die Lügen über ihn erzählen? Aus diesen Gründen keinen Kontakt mehr schickt. Ich habe das als Lügen abgetan. Da wollen wir jetzt mal schauen. Jetzt im Nachhinein erfahren, dass das anscheinend wirklich so ist. Ist mir ehrlich gesagt völlig furzegal. Ich habe zu meiner Schwester und zu meiner Mutter genau aus diesen Gründen keinen Kontakt mehr. Weil sie die ganze Zeit allen Leuten Lügen erzählen. Er hat es tatsächlich gesagt. Ein Glück sind wir beim ehrenwerten Spiegellord 9. Ob das Spiegellord 10 noch in weiter Ferne liegt. Weil das ist gerade... Das ist der Spiegellord. Es ist eigentlich genau andersrum. Seine Familie will keinen Kontakt mehr zu ihm. Weil er andauernd Lügen erzählt. Er ist derjenige, der Scheiße baut. Er ist der, der sich daneben benimmt. Aber er dreht das jetzt um. Er dreht das jetzt einfach um. Die sind diejenigen und ich will keinen Kontakt mehr mit denen. 1A Spiegelord. ...wollen und Lügen darüber erzählen, was wirklich war. Mir ist es scheißegal, ob mir das jemand glaubt oder nicht. Ich weiß, wie es war und das hat sich für mich dann auch erledigt. Ja, dann mach doch kein Video darüber, Rainer. Red doch nicht darüber. Lenkt doch noch nicht noch mehr Aufmerksamkeit darauf. Ob ich mir das glaubt oder nicht, ist mir völlig furze egal. Natürlich wollen Leute, die in Miss... Ich glaub's dir nicht. ...Ihm versuchen, sich selber besser hinzustellen. Wie wir hier gerade sehen, da hat sich jemand in Misskredit gebracht. Dieser jemand ist Rainer Winkler. Und jetzt versucht er sich besser darzustellen, als er tatsächlich ist. Man kennt es. Und damit sind wir beim eigentlichen Hauptthema, um das es heute geht. Und zwar um die Hater. Natürlich geht es um die Hater, Rainer. Es geht immer um die Hater. Es geht nie um was anderes. Die Hater behaupten seit Jahren, ich bin das und das, ich mach das und das, ich sag das und das, ich möchte das und das, ich will das und das und ich bin das und das. Aber, was sie nicht erzählen, naja, das ist, was sie wirklich sind und wie sie sich wirklich verhalten. Hier geht ja auch um dich, geht ja nicht um die Hater. Die reden ja nicht von sich selbst, die reden nur von dir. Fangen wir damit an. Die Sache mit dem Spenden, die ich mir überlegt hatte und die Sachen, die ich mir überlegt hatte für die Flutopfer in NRW, obwohl es auch uns in Neustadt getroffen hat, hab ich mir überlegt und hab ich mir gedacht, das könnte man machen. Und die Hater, ja, warum machst du das nicht mit Geld? Spend halt einfach mal 5 Euro oder so. Weil das, weil es, es stimmt doch auch. 5 Euro helfen den Leuten da unten viel mehr als deine scheiß Unterputzdosen und den Schrott, den du in deinem Haus zusammensammelst. Da können die nix mit anfangen. Das ist Müll. Müll haben die da jetzt genug, aber Geld haben die nicht genug. Und das Problem ist, ich würde das schon machen, wenn ich keine Pfändungen auf meinem Konto hätte. Dann kauf dir nicht Skyward Sword. Was kostet... Ich google das jetzt. Wir googeln jetzt. Zelda. Sky... Scheiße, ich kann nicht schreiben. Hier ist Skyward Sword. Für die Switch in HD. Kostet wie viel? Wo steht das hier? Steht das hier nicht? Ich will das kaufen. Wenn ich mir das kaufen will, wo sehe ich das? Da. Hier steht's ja. Ah, gar nicht gesehen. 60 Euro. Dieses Spiel kostet 60 Euro. Diese 60 Euro, Rainer. Hättest du locker an die Flutaufer spenden können. Da hätten die was mitmachen können. Aber nein, du hast dir Skyward Sword gekauft. Und jetzt willst du uns hier einen erzählen, von wem du hast da kein Geld für, um was zu spenden. Bist du noch ganz frisch, Rainer? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, ich hab Pfändungen auf meinem Konto aufgrund der ganzen Schulden im Laufe der Jahre. Ja, das wissen wir. Aber auch ein Pfändungskonto, da ist ein Betrag drauf, den hast du zur eigenen Verfügung. Das sind 1200 Euro. Und wenn du dir da von Skyward Sword kaufen kannst, dann kannst du das auch an die Flutopfer spenden. Das sind die Sachen, weshalb die Leute zu dir kommen. Aber du verstehst es nicht. Was ist denn los bei dir? Und die jetzt mittlerweile nach und nach abgebaut sind. Ich hab noch eine Empfindung drauf, die sollte sich innerhalb der nächsten ein, zwei Monate erledigt haben. Irgendwie glaube ich das nicht. Das sind so viele Schulden. Ich glaube nicht, dass in den nächsten ein, zwei Monaten... Vielleicht will er... Ja, wahrscheinlich will er jetzt irgendwie hoffen, dass möglichst viele Leute ihm da irgendwie den Drachenrang rausschmeißen und er damit das irgendwie hinkriegt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, niemand ist so... Einen gibt's ja anscheinend schon. Ich hoffe, dabei bleibt's. Ich hoffe, der kündigt das wieder. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der in ein, zwei Monaten schuldenfrei ist. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich erst, wenn ich's sehe. Und wenn es soweit ist, wenn er tatsächlich in ein, zwei Monaten seine Schulden los ist, dann hat er die Bettelisten abzuschaffen. Alle. Allesamt. Weil wenn der so viel Geld mit YouTube verdient, wie er sagt, und der hat nicht viel Lebensunterhaltung, der hat ein Haus, der zahlt keine Miete, seine Schulden ist er dann los, dann wird sein Strom auch viel billiger, dann kann der von den, was er sagt, 4000 Euro im Monat locker leben. Aber sowas von. Dann muss der nur ein bisschen zur Seite packen, für die, für die Steuern, die er als, äh, selbstständiger Schichtarbeiter dann ja am Ende des Jahres zu entrichten hat, beziehungsweise am Anfang des Jahres. Äh, und dann ist gut. Dann können die Bettelisten ja verschwinden. Wenn in, wenn, sagen wir, in drei Monaten die Bettelisten noch da sind, dann, dann ist Party. Dann ist, glaube ich, richtig Party. Dann kriegt er wieder Besuch. Das wird wieder ein Grund sein, warum die Leute zu ihm wandern. Weil dann ist er ja schuldenfrei. Dann hat er genug Geld. Dann braucht er seine scheiß Bettelisten nicht mehr. Dann kann der sich die DeWalt Bohrmaschine für 200 Euro selber kaufen. Und das Schweißgerät. Und den ganzen Rotz, den er da haben will. Aber das, abwarten. Das warten wir ab. Also spätestens im Oktober, November sollte ich mit den Pfändungen durch sein. Im Oktober, November sitzt du im Knast. Dann kann ich mich auch um alle anderen Schulden anderweitig kümmern. Achso, er hat dann noch Schulden. Die sind nur nicht über Pfändungen. Na gut. Dann werden die Bettelisten definitiv bleiben. Die noch keine Pfändungen auf meinem Konto haben. Vorausgesetzt, ich schaffe das noch, bevor die plötzlich eine Pfändung machen. Jedenfalls könnte ich mich dann auch darum kümmern, die monatlich auszubezahlen. Und jetzt ist es so. Ich habe im Monat auf einen Minimumbetrag Zugriff. Ja, 1200 Euro. Davon kann man eigentlich leben, wenn man seinen Lebensstandard anpasst. Ich habe in meiner Studienzeit die meiste Zeit von 250 Euro im Monat gelebt. Da war keine Miete drin, ne? Davon hatte ich an Fixkosten Internet und mein Handy. Und dann hatte ich den Rest für mich. Das waren dann noch 220 Euro oder so. Davon kann man im Monat, das geht, Rainer, das geht. Und du hast 1000 Euro mehr als das. Also erzähl nicht, dass du davon nicht ein bisschen was an die Flutopfer spenden kannst. Und zwar auf den Minimumbetrag, den ich brauche, um halt leben zu können. Das sind 1100 Euro. Ihr merkt schon, ich erzähle euch hier gerade, was ich habe. Das ist der Minimumbetrag, den ich im Monat abheben kann. Ja, das ist doch auch, das ist doch, auch 1100 Euro sind eine Menge Geld. Vor allem, wenn man nicht schon die Hälfte davon in die Miete stecken muss. Es ist nicht so, dass du 1100 Euro im Monat hast. Du hast 1100 Euro im Monat zur freien Verfügung. Das ist richtig viel. Und davon kannst du dann auch 60 Euro an die Flutopfer spenden, anstatt dir Skyward Sword zu kaufen. Äh, der Maximum, Entschuldigung, Entschuldigung, andersrum. Das ist der Maximum und das Minimum an Geld, das ich habe im Monat. Ähm, Quatsch, das ist auch Blödsinn. Das ist Blödsinn nicht formuliert. Also, ich habe auf meinem Konto mehr, viel mehr als das mittlerweile. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich Pfändungen auf dem Konto habe, geht das alles an meine Gläubiger. Das wissen wir. Da reden wir schon seit Jahren drüber. Das ist bekannt. Du erzählst uns hier gerade nichts Neues. Und deswegen ist auch niemand überrascht. Und deswegen sind die Leute trotzdem wütend auf dich. Weil 1100 Euro immer noch eine Menge Geld ist. Und 1100 Euro habe ich im Monat zur Verfügung zum Leben. Davon wiederum zahle ich fast 250 Euro Strom im Monat. Ich zahle 150 Euro ungefähr für meine Internetverbindung. Das rechnen wir jetzt. Wir rechnen das jetzt. Weißkalt, wir machen das. Ich muss hier ein bisschen OBS umstellen. Moment. Wir rechnen das jetzt. Wir gehen ein Stück. Habe ich im Monat zur Verfügung zum Leben. Davon wiederum zahle ich fast 250 Euro Strom im Monat. Ich zahle 150 Euro ungefähr für meine Internetverbindung. Und dann halt hier und da noch für Essen und Trinken und so weiter. Und dann ist das Geld weg. Du hast 700 Euro im Monat. Das sind fast 200 Euro pro Woche. Da kann man locker von leben. Und auch davon kann man sich so Sachen wie Skyward Sword gönnen. Das ist dann in Ordnung. Das kann man dann mal machen. Vielleicht nicht jeden Monat. Aber ab und zu. Und wenn dann sowas bei dir in der Umgebung passiert. wie die Flutkatastrophe. Und du dann auch noch erzählst, du willst da was machen. Dann kannst du auch 60 Euro davon an die Flutopfer spenden. Das geht. Aber das kriegst du in deinen Schädel nicht reingerendert. Weil du dann ja minimal deine Lebensstandards anpassen müsstest. Für einen Monat musst du dann vielleicht mal ein bisschen kürzer treten. Aber dann kriegst du deine Triebabfuhl nicht mehr. Dann kannst du dir nicht jeden zweiten Tag 50 Euro bei Lieferando gönnen. Das ist dein Problem, Rainer. Du bist vollkommen über deine Verhältnisse. Das musst du in den Griff kriegen. Weiter geht's. Durch, dass ich auch von meinem Geld nicht mehr abheben kann wegen den Empfindungen und alles weitere an die Gläubiger geht. Versteht ihr vielleicht jetzt, warum ich keine Kohle dafür habe. Und jetzt kommen wieder die Augen. Du hast dir Skyward Sword gekauft. Erzähl nicht, dass du keine Kohle dafür hast. Das ist wieder... Deswegen werden die Leute bei dir vor der Tür stehen. Um nicht zu fragen, wie du die Skyward Sword kaufen kannst, aber nicht für die Flutopfer spenden kannst. Du denkst nur an dich selbst. Und das ist das Problem. Ich sage der Hater, ja, warum kaufst du dir dann ein Pokémon Go für 20 Euro Coin? Wie dieser Betrag auch immer weniger wird. Wenn man live dabei war, hat man gesehen, es waren 40. Dann waren es, als er darauf geantwortet hat, waren wir 50. Dann waren es 30. Jetzt sind es nur noch 20. Rainer, es waren 40 Euro. Und es waren auch keine erspielten Coins. Es waren gekaufte Coins. Du hast da gesessen und gesagt, dann kann ich jetzt ja auch nochmal für 10 Euro Coins holen. Tja, ganz einfach. Die habe ich mir nicht gekauft. Doch, hast du. Ich habe mir die nicht gekauft. Doch, hast du. Sondern ich hatte die bereits noch. Nein, du hast gesagt, ich kann dann ja auch nochmal für 10 Euro Coins raushauen. Das hast du gesagt. Die 20 Euro Coins, die ich da hatte. Es waren 40. Ja. Oder 25 Euro, die es da waren. 40. Weil die Hater behaupten auch zwischendurch, es war 40 und irgendwie. Es waren 40. Ja, 16 und ich glaube, ich habe auch irgendwo 65 gelesen. Es waren Coins im Wert von 25 Euro. Ungefähr. Ungefähr deswegen. Dann hättest du die 25 Euro an die Flutoffer spenden können. Aber das ist alles vollkommen irrelevant, weil du hast dir sowieso Skyward Sword gekauft. Weil ich nicht genau weiß, wie viele es sind. Weil ich die schon in Monaten davor gekauft habe. Ich spiele jetzt seit ungefähr 3 Monaten wieder Pokémon Go. Dass du das überhaupt machst. Wenn man in so einer Lebenssituation ist, dann steckt man doch kein Echtgeld in Videospiele. Da hat man doch andere Sorgen. Wenn du sagst, dass du rund 700 Euro zur freien Verfügung im Monat hast, dann kauf dir doch keine Coins. Egal in welchem Monat, ob Flugkatastrophe oder nicht. Da hast du kein Geld für. Seit 1,5 Monaten wieder aktiv. Und ich habe seither etwa ein Jahr vorher nicht gespielt. Nur ab und zu mal reingeschaut. Und da war es tatsächlich so, dass ich in Pokémon Go noch Coins angesammelt hatte. Einmal, weil ich welche aufgeladen habe. Und einmal, weil ich auch Pokémon in der Arena zwischendurch hatte. Weil ich hier nur einen Katzensprung entfernten Arena hatte. Und selbst wenn er da nur ein, zwei Tage drin ist, dann sind das pro Tag 50 Coins. Und wenn ich das im Laufe eines Jahres mal ansammle, dann kommt ein bisschen was zusammen. Und da ich es hier nicht ausgegeben habe, war das ungefähr in dem Wert. Ich hatte etwa 6.500 Coins. Und davon habe ich etwa 2.500, 3.000 ungefähr ausgegeben. Das sind etwa 20, 25 Euro, grob geschätzt. Selbst wenn das stimmt. Du hast in dem Stream gesagt, dass du dir für 10 Euro Coins kaufst. Auch diese 10 Euro, warum hast du die, auch wenn es nur 5 Euro sind? Wenn du sagst, dass du was für die Flutopfer machen willst, dann spende doch 10 Euro. Oh, das ist besser, als nur so einen Scheiß zu behaupten und dann auch noch zu erzählen, dass du denen deinen Müll schicken willst. Das macht die Leute mit. Deswegen stehen die bei dir vorm Tor. So, und die hatte ich noch. Die habe ich nicht ausgegeben, die habe ich nicht gekauft, sonst was. Also die habe ich ausgegeben, aber die habe ich nicht gekauft oder so. Die hatte ich noch. Die hast du in dem Stream gekauft, das hast du selber gesagt. Ich habe keine Lust mehr, mich zu wiederholen. Wenn das jetzt weiter so geht, dann ist jetzt, dann, dann, ich sage da nichts mehr zu. Und die hätte ich nicht umwandern können in Echtgeld und damit das Geld spenden. Das hätte nicht funktioniert. Okay. Weiter im Text. Und das ist nämlich der Knackpunkt, um den es mich gerade wirklich triggert. Oder der mich wirklich triggert. Denn es gibt einen Hater, wie der heißt, spielt keine Rolle. Es ist ein No-Name, uninteressanter Mensch, der vorher schon uninteressant war und es noch uninteressanter ist durch diese ganze Scheiße. Das ist wahrscheinlich einer von den größeren. Ich sehe das schon kaum, dass es Rocksau oder der Metzger. Oder der Ostfriese. Einer von denen wird das sein. Ich weiß nicht, welcher das ist. Vielleicht fahren wir es durch den Kontext. Ja, ich provoziere hier gerade. Kleidet es mir an, wenn ihr unbedingt meint, weil ich bin ja immer der Provokateur. Bist du auch. Weil ich sage, was Sache ist. Ja, aber du sagst ja nicht, was Sache ist. Du lügst. Fakt ist, dieser... Jetzt kommt eine Lüge. Fakt ist, da kommt jetzt eine Lüge. Typ, ähm, oder diese Tusse hat... Ja, siehste, wenn du das extra erwähnen musst, dann ist es eine Frau, dann ist es vielleicht die Jenne hier. Videos veröffentlicht und, äh, Beiträge und so weiter, in denen er andere Leute dazu auffordert, zu mir zu fahren. Ah, die Spendenaktion. Okay, da weiß ich tatsächlich nicht, wer das ist. Ist mir auch egal. Ähm, Besuche sind richtig und wichtig. Videos zu machen und es hochzuladen im Internet. Was übrigens an sich schon eine Straftat ist, wenn man Videos im Internet hochlädt von Leuten und so weiter. Was? Nein. Videos im Internet hochladen ist keine Straftat. Und wenn er sagt, fahrt zum Rainer, macht ein Video davon, wie ihr da hinfahrt oder wie ihr da seid und dann, und dann spende ich für jedes hochgeladene Video Geld, das ist keine Straftat. Weil die, weil keiner von denen, an keinem dieser Schritte passiert irgendwas Illegales. Dazu kommt, dass es momentan sowieso eine Straftat ist, hierher zu kommen. Nein, ist es nicht. Nein, weil es hier ein Betätungsverbot gibt. Nein, gibt es nicht. Gibt. Und außerdem ein Lärmbelästigungsverbot. Ja, das gibt es, aber der Einzige, der in erster Linie Lärmbelästigung betreibt, bist du, Rainer, weil du die Leute mal anschreist, nur weil sie bei dir vorbeilaufen. Deswegen steht das da drin. Der Punkt mit der Lärmbelästigung in der Allgemeinverfügung ist für dich da, nicht für die Leute, die da vorbeikommen. Für dich, damit du die Fresse hältst. Aber das verstehst du nicht. Und schon seit Jahren gibt es hier ein Durchfahrtsverbot für alle außer die Anwohner. Nicht Anlieger, Anwohner. So. Deswegen lassen die Leute ihr Auto auch unten stehen und dann gehen die da vorbei. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jedes Mal ist es der gleiche Käse. Also es gibt einen Typen, der andere dazu auffordert, hierher zu kommen. Hm. Falsch. Dass da jetzt einer angesagt hat, fahrt da hin. Das ist jetzt das allererste Mal, dass das passiert ist und es nicht du warst. Straftaten zu begehen. Straft? Wer sagt denn, dass die Straftaten begehen sollen? Die sollen dann nur zu dir kommen und ein Video machen. Nichts davon ist eine Straftat. Das verstehst du nicht. So. Das ist an sich jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Das gibt es nicht selten, Hater, die sowas machen. Doch. Ich glaube, das gibt es ziemlich selten. Also ich kenne jetzt nicht so viele Fälle, wo einer gesagt hat, fahrt zum Rainer. Los, macht. Und schon gar nicht hat einer gesagt, fahrt zum Rainer und jedes Mal, wenn ihr das macht, spende ich Geld. Das ist eine Premiere. Was das Ungewöhnliche an der Sache ist, ist, dass er behauptet, ob er das wirklich macht oder nicht, ich halte das für unwahrscheinlich, aber er behauptet oder er gibt an für jeden, der hier hinfährt und Fotos macht und die hochlädt, was wie gesagt eine Straftat darstellt. Nein, tut es nicht. Weil veröffentlichen von anderen Personen, auch wenn ich eine Person veröffentliche... Sagt der, der mit seinen Überwachungskameras öffentliche Straßen filmt. Kriegst du noch irgendwas mit, Rainer? Irgendwas? Wenn ich in dem Lebenspin, ist es trotzdem eine Straftat, weil recht am eigenen Bild und die laden das dann im Internet hoch von dem Zeug hier. Aber sie filmen ja nicht dich, sie filmen ja maximal dein Haus. Du bist ja immer nur drin und schreibst rum. Damit ist dein Argument schon wieder nichtig, falls es das vorher jetzt für manche noch nicht gewesen. Ich finde, das ist eine Straftat. Und ja, dazu kommt, dass er dann angibt, für jeden, der das eben macht, spendet er so und so viel, ich weiß nicht wie viel, das interessiert mich auch nicht, angeblich an die Flutopfer. Finde ich gut. Wenn er das wirklich macht, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Mal abgesehen davon, dass ich das für kompletten Bullshit halte. Ich weiß nicht, wer das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwo Nachweise dafür liefert. Sollte er dann meiner Meinung nach machen. Aber das ist auch egal. Selbst wenn er es nicht macht, dann ist er höchstens ein Arschloch. Und abgesehen davon, dass die Zahlen, die ich da gesehen habe, gar nicht stimmen können. Weil ich habe da irgendwie mal vor kurzem mal Zahlen gesehen und die habe ich mit meinen Zahlen, weil ich ja auch Notizen darüber führe, wie viele Leute jeden Tag hier sind und so weiter. Das kann gar nicht hinhauen. Ja, dann spendet er vielleicht einfach nur so Geld. Das ist doch noch viel besser. Der behauptet einfach, da waren so viele Leute. Und dann spendet er dementsprechend viel Geld. Das ist doch super. Das ist doch Win-Win für alle. Flutopfer kriegen eine Menge Geld. Und es wird viel mehr gespendet, als Leute bei dir vorm Haus stehen. Und deswegen denke ich mir halt so. Es gibt einen Typen, der im Internet Videos macht, meine Sachen veröffentlicht, Zeug über mich provoziert, Scheiße über mich baut. Hä? Das müssen wir uns nochmal anhören. Meine Sachen veröffentlicht, Zeug über mich provoziert, Scheiße über mich baut. Meine Sachen im Internet? Deine Sachen veröffentlicht da niemand. Das sind Besuchervideos. Die machen ein Video davon, wie sie bei dir vorm Haus stehen. Das sind nicht deine Sachen. Und Scheiße über dich provozieren? Was provoziert der denn? Die Leute gehen da vorbei. Der ist nicht mehr schuld daran, wenn Leute bei dir wirklich irgendwie tatsächlich Scheiße bauen, als du. Du sagst doch immer, du bist vielleicht schuld daran, dass die Leute vorbeikommen, aber das, was die hier machen, ist deren eigene Verantwortung. Und wenn wir der Logik folgen, dann ist der Typ genauso wenig daran schuld, dass die Leute da Scheiße bauen. Der ist maximal daran schuld, dass die da hingehen. Andere Leute dazu auffordert, Straftaten zu begehen. Ja, den Punkt hatten wir schon, das ist nicht ich. Wiederum andere Leute dazu auffordert, die gesamte Nachbarschaft und Bevölkerung zu belästigen, weil dadurch, dass die hier herfahren, tun die genau das. Ja, aber wenn die dann nur, wenn die friedlich durchs Dorf gehen, ich glaube, das stört dann nicht wirklich. Die kriegen das doch gar nicht mit. Du kriegst das auch nur mit, weil du immer auf deine Überwachungskamera guckst. Ich glaube nicht, dass die anderen Leute in dem Dorf auch Überwachungskameras haben. Und selbst wenn doch, gucken die da nicht den ganzen Tag drauf. Das ist der einzige Grund, warum du das mitkriegst. Wenn du dein scheiß Tablet mal wegpackst, dann kriegst du das auch im Stream nicht mit. Und dann könntest du auch mal streamen, ohne andauernd von den Hatern abgelenkt zu sein. Aber das verstehst du nicht. Ich habe euch heute auch ein paar Bilder mitgebracht, die könnt ihr euch mal anschauen. Oh, ja, ja, nein, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Diese Sachen da voll schmieren, das muss wirklich, das muss wirklich nicht sein. Was haben die denn da? Hass ist keine Emotion. Rainer ist nah. Rainers Freund. Rainers Freund. Den finde ich gut. Justin, was steht da oben? Die Zipschaft. Das war wahrscheinlich so eine Trubbe an Hatern, die wo mal da war. Aber das ist, mal abgesehen davon, dass das alles dasselbe Thema hat. Es geht immer um Rainer auf diesem Vollgeschmierten. Also die Vollschmiersachen, die da drauf sind, ist asozial. Aber es ist nicht schlimmer als jedes andere Schild irgendwo in Deutschland, das irgendwo rumsteht. Das ist jetzt so ein bisschen überall anders, ist auch kacke. Muss halt nicht sein. Und da muss man dann halt wirklich mal ordentlich drüber schrubben. Auch Edding kriegt man wieder weg mit 100% Isoprop. Und dann ist die Scheiße ab. Also das ist... Der Schaden an dem Bild ist geringer als der Schaden, den du in deinem eigenen Ort angerichtet hast. Vorab. Die Bilder sind teilweise auch etwas unscharf. Nur damit es schon eine Bescheid ist. Sollen wir da... Oh, ja, da geht der. Ja, Rainer. Aber wer hat die Leute... Da kann man es ja wieder sagen. Ach, den Sticker da oben. Den Sticker oben auf... Bei dem Rotorrad, den finde ich gut. Die finde ich gut. Ja, aber ansonsten dieses Rumgeschmier... Na, das muss wirklich nicht sein. Das... Nee. Also wenn ihr da hinfahrt... Ich war ja auch mal am Überlegen, da hinzufahren, weil ich sowieso da in der Nähe war. Dann war das Wetter aber Mist. Ich wäre halt da hingefahren. Ich hätte vielleicht ein Foto gemacht. Dann wäre ich wieder abgehauen. Rainer kommt ja eh nicht mehr raus. Also in irgendeiner Form mit ihm reden können, hätte ich eh nicht. Und da irgendwie in seine Wuhle reinzubrüllen oder mit ein paar Wörtern mit mir wechselt. Das... Nee, das tut ja nicht Not. Das Vollschmier... Also der Ort, der kann wirklich nichts dafür. Ähm, das muss wirklich nicht sein. Die hatten da ja jetzt auch selber Probleme mit der Überflutung. Also ich glaube, die haben jetzt sowieso andere Sorgen. Und nun... Ich... Ich schweife ab. Ähm, nee, Punkt. Fakt ist, wenn man da hingeht, irgendwas vollschmieren. Nee. Nee, finde ich nicht gut. Muss nicht sein. Aber man muss ja auch nicht unbedingt alles sehen, was da hingeschmiert wird. Da muss ich ihm wirklich... Hier ist das Wasserstandshäuschen. Vielleicht da mit einem fetten E. Aber das... Das... Das muss wirklich nicht sein. Da... Ne... Das sieht halt aus wie in einer Großstadt. Und das finde ich auch, in einer Großstadt muss das nicht sein. Und auf so einem beschaulichen Örtchen. Also ich... Man sagt ja, die Landschaft da ist... Ist sehr schön. Kann man sich alles wunderbar ansehen und so. So was vollgeschmiertes. Das tut halt wirklich nicht Not. Da... Da... Da finde ich es cool, wenn... Wenn da einfach mal eine Truppe Hader, die da hingeht, einfach mit einem Eimer braune Farbe das überpinseln. Das ist... Dass das Wasserstandshäuschen wieder ordentlich aussieht. Das wäre eine coole Aktion. Da wäre ich für. Äh... Es reicht ja schon, wenn man es halbwegs erkennt. Auf jeden Fall ist es total daneben. Da muss ich ihm leider recht geben. Das muss wirklich nicht sein. Und das... Das ist ja nicht mal... Das ist ja nicht mal künstlerisch wertvoll. Da hat jetzt einer mit hässlicher Handschrift... Was ist das überhaupt? Ist wahrscheinlich auch irgendwas beim Wasserstandshäuschen oder so. Das tut halt wirklich nicht Not. So ein Graffiti, wenn man es so nennen kann, verstehe ich auch nicht. Einfach ein Edding dahin. Nee. Das muss nicht sein. Aber ja, das ist... Unabhängig davon, dass Rainer da recht hat, ist das jetzt gerade wirklich Rainers Rechtfertigungs- und Mitleidstour. Guck, was die Hader hier machen. Die sind alle scheiße. Das ist irrelevant. In Rainers Fall. Ja, die Hader, die sollen, finde ich auch, die sollen die Ortschaft in Ruhe lassen. Die sollen da nichts kaputt machen. Aber beim Rainer selbst sind Besuche immer noch richtig und wichtig. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man ihm irgendwie die Realität nahe bringen kann. Ja, das ist... Ja... Das sieht halt aus... Das sieht halt alles aus wie... Das ist... Das muss wirklich nicht... Es... Es ruhen als... Nee, nee... Nee, das sieht halt aus wie eine Parkbank in irgendeinem Ghetto-Viertel in der Großstadt. Das muss halt auf so einem Örtchen wirklich nicht sein. Aber Rainer, überleg dir doch mal, warum? Wie kommt das denn? Weswegen gehen die denn dahin? Die gehen nicht dahin, weil einer sagt, geht mal dahin und ärgert den Rainer. Die sind aus ganz anderen Gründen da. Ist jetzt auch okay. Ja, da ist alles voll geschmiert. Wir haben es verstanden. Schmieren. Sie kommen also im Prinzip... Okay, da geht es gleich weiter. Noch unschärfer hätte es das echt nicht machen können. Was war das denn? Das war ja schon peinlich. Sie kommen also im Prinzip hierher und schmieren überall Graffiti hin und so weiter. Wie gesagt, ich habe euch da jetzt mal Bilder eingeblendet. Props an Rainer, dass er tatsächlich die Bilder eingeblendet hat. Nicht so wie sonst immer, wenn er sagt, dass er es macht und dann lässt er es einfach. Das ist von den letzten Jahren, wo die Leute hierher kommen und immer Graffiti an die Wände schmieren. So, ich komme gleich noch zu einem anderen Thema, weil ich weiß, dass es viele auf die Nerven geht, wenn Leute sowas machen. Dazu komme ich gleich nochmal auf ein anderes Thema. Und ich möchte das hier erst abschließen. Also, wir haben jetzt einen Typen, der aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit machen will, indem er sich selber als jemand hinstellen will, der er nicht ist. Fakt ist, dieser Typ ist ein Hater. Fakt ist, er... Hater sein ist kein Verbrechen. Fakt ist, er hat selber keine Scheiße. Noch hat er nur Geld gespendet. Er war selbst schon bei mir vor Ort, nachweislich. Und, wenn der einfach nur da war, ist das kein Verbrechen. Fakt ist, dass er hier andere Leute dazu auffordert, Straftaten zu begehen. Nö, das ist einfach nicht wahr. Dazu kommt, dass er, oder dass er ist einer der Haupttragenden und andere, die dafür verantwortlich sind, dass es zu mir heißt, ja, du gibst 20 Euro für Pokémon Go, aber kannst keine 5 Euro bei Dingen spenden. Für mich geht es jetzt schon nicht mehr um Pokémon Go. Ich bin jetzt Matt wegen Skyward Sword. Selbst wenn das stimmt, dass er die Coins schon hatte. Wenn du dir 60 Euro Skyward Sword kaufen kannst, kannst du auch 60 Euro spenden. Da ist jetzt verkackt, da hast du mich jetzt verloren mit der Aktion. Aha. Okay, nehmen wir mal die Fakten. Die Fakten sind, dass du die für 60 Euro Skyward Sword... Ich wiederhole mich. Ich weiß. Aber das ist ein Fakt. Ist vollkommen egal, was er jetzt sagt. Es fährt jemand aus Hamburg mit drei Leuten hierher. Jeder von denen muss eine Fahrkarte kaufen. Heißt im Klartext, es geht pro Person ungefähr 50 bis 100 Euro drauf. Je nachdem, was für einen Zug sie nehmen, je nachdem, ob ICE oder Standard oder weiß der Geier was. Aber es gehen wohl mindestens ein Hunderter drauf für die Fahrt hierher. Falsch. Weniger. Wohlgemerkt nur hierhin. Für zurück kostet er mit Sicherheit nochmal ein 50er. Hä? Also 100 Euro hin, 50 Euro zurück. Was ist das denn für ein Tarif? Rainer, da hast du jetzt aber nicht aufgepasst. Wenn man gleich eine Hin- und Zurückfahrt kauft. Heißt im Klartext, selbst wenn man mit dem Auto fährt, würden das auch, das sind auch nach Hamburg, nach Wacken sind es ungefähr 750 Kilometer. Das weiß ich, weil ich schon in Wacken war. Ungefähr, ich glaube 186 waren es damals. Also ungefähr 150 Kilometer sind es plus minus bis nach Hamburg, bis nach Wacken oder bis nach Berlin sind es auch um die 700, schätze ich mal. Fakt ist, wenn die hierher fahren, dann müssen die mindestens anderthalb Sprittank kaufen. Nö, stimmt nicht. Mit einmal volltanken, wenn man ein halbwegs sparsames Auto kommt, kommt man von da unten bis nach hier oben. Kostet locker auch wieder 70, 80 bis 100 Euro, je nachdem was man für ein Auto fährt. Ja, und dann? Wenn man das machen möchte in seiner Freizeit, wenn man das, weißt du, Rainer, manche Leute haben, weil die arbeiten gehen, haben die Geld für sowas über. Die können das dann mal machen. Mal 60 Euro in Tank blasen und da runterballern, das kann man dann mal machen. Das ist okay. Das reißt denen nicht finanziell den Arsch auf. Das kann man dann mal machen, wenn man arbeiten geht. Dann haben Leute für die Fahrt hier hin und zurück grob 150 bis 200 Euro ausgegeben. Nur für die Hin- und Rückfahrt. Ja, das kommt hin. Und das ist okay. Auch das ist vollkommen okay. Das kann man machen, wenn man das machen möchte. Dann schmeißen sie mir noch irgendwelche Eier, Gläser, Flaschen und so Zeug auf mein Grundstück. Nö, das muss auch nicht sein. Ich finde, sowas muss nicht sein. Werben mein Grundstück mit Farbe ein und was weiß ich. Der Typ, der ihm das Tor angepinselt hat, den fand ich schon lustig. Pinkes Tor? Hätt er mal noch einen braunen Eimer für das Wasserstandshäßchen gehabt. Das wäre cool gewesen. Wir filmen das noch alles und filmen das alles. Gehen dafür auch nochmal grob geschätzt pro Person zwischen 20 und 100 Euro drauf. Je nachdem, was die Leute dann für eine Scheiße bauen. Glaubst du wirklich, dass die 100 Euro für den Kram ausgeben, den die die über den Zaun schmeißen, Rainer? Glaubst du das wirklich? Es sind also grob im Schnitt zwischen 200 und 300 Euro. Und ich weiß, ihr findet es immer lustig, wenn ich irgendwas vorrechne. Aber wenn man es mal realistisch betrachtet, wenn man jetzt ein Angebot kauft, ja, für hierherfahren oder so. Oder man hat jetzt zufällig sowieso in der Gegend zu tun und muss sowieso... Ja, ich weiß, worauf er hinaus will. Die geben bis zu 300 Euro dafür aus, dazu ihm runterzufahren. Dann machen sie ein Video und dafür spendet er dann 5 Euro. Ja, dann hätten sie die 300 Euro auch spenden können. Aber Rainer, der Unterschied ist, die Leute, die hier runterfahren, die spenden höchstwahrscheinlich auch selbst. Noch zu dem dazu, was du nicht tust. Du behauptest einfach, du hast kein Geld dafür und kaufst dir dann anderen Kram. Zu hierhin. Dann ist immer noch die Sache, wenn jemand extra hierher fährt, dann gibt er mindestens 100, 200 Euro aus für die Hin- und Rückfahrt und für die Scheiße, die er hier baut. Vielleicht sogar 300 Euro, wenn er noch irgendwelchen Scheiß hier baut. Ja, und du willst, dass die Leute 100 Euro im Monat dafür ausgeben, dass sie nicht mit dir GTA spielen können. Und... Aber das ist dann in Ordnung, weil das Geld landet ja bei dir. Dazu besteht dann das Risiko, dass er von der Polizei erwischt wird. Dazu besteht das Risiko, dass er Straftaten begeht. Das Risiko, das kann man aus Versehen Straftaten... Das Risiko. Rainer. Benutz keine Wörter, von denen du nicht weißt, was sie bedeuten. Wie das Filmen und Veröffentlichen, wie das hier Rumlungern und... Rum... Rumlungern. Sind wir in den 70ern, wo in der Öffentlichkeit irgendwo rumstehende Straftat war, am Rumlungern? Äh, Betätigungsverbot, dann... Nein, es ist kein... Ich lasse es... Äh, wie das Rumgeschrei und die Lärmbelästigung zu... Der Einzige, der da rumschreit, bist du. Ich wiederhole mich, der Teil mit der Lärmbelästigung in der Allgemeinverfügung gilt in erster Linie für dich, damit du die Fresse hältst. Verbot. Oder sogar, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, meistens hier das Durchgefahre. Nein, die wissen das ganz genau. Die parken beim Zwingeln, holen sich einen Löschzweck und dann wandern die zu dir. Und dann auch noch dadurch das Verbot, dass sie eben nicht durchfahren dürfen, weil es anwohnerfrei ist und nicht anliegafrei. Was das angeht, ähm, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich weiß, dass die wenigsten Leute da mit dem Auto durchfahren. So, das heißt letzten Endes im Klartext... Letzten Endes... Äh, die Hater geben zwischen 200 und 300 Euro aus, um mich zu bestressen, um mich zu stressen. Ja. Soweit sind wir uns einig. Das stimmt. Vor allem, wenn man von oben, von Hamburg runterkommt. Was die wenigsten machen. Die meisten, die, glaube ich, bei dir vorbeikommen, kommen von dir da irgendwo aus der Gegend. Sie legen sich darüber auf, dass ich keine 200... Dass ich keine 20 Euro für, äh, die Flutopfer spende, weil ich Materialspende machen möchte. Nein, darüber regen die sich nicht auf. Die regen sich darüber auf, dass du behauptest, dass du kein Geld dafür hast und dann Geld für anderen Scheiß ausgibst. Die regen sich darüber auf, dass du dann sagst, ja, dann spende ich den Materialspenden und das ist einfach nur Schrott, den du loswerden willst. Darüber regen die sich auf. Und es ist vollkommen irrelevant, ob das mit den Pokémon-Coins jetzt stimmt oder nicht. Skyward Sword, mein Freund. 60 Euro. Weil ich das eben hier hab und bei mir das nur rumliegt? Ja, weil's Müll ist, aber es würde auch nur da rumliegen und auch nur da Müll sein. Aber es wäre nicht mehr bei dir und das ist das, was du möchtest. Du egoistischer, egozentrischer, narzisstischer Affe. Und die das gebrauchen können eventuell? Nein, können sie nicht. Was sollen die mit 500 Unterputzdosen, wenn da kein Haus mehr steht? Und dann ist immer noch die Sache, dass sie selber fast 300 Euro ausgeben oder 200 Euro, je nachdem wie weit sie fahren, vielleicht auch mal bloß 50 Euro, je nachdem wie weit sie halt fahren, ausgeben, um hierher zu kommen. Und dann aber auch sich aufregen, dass ich nicht spende für Flutopfer. Aber du weißt doch gar nicht, ob die nicht spenden. Vielleicht spenden die ja auch. Und dazu kommt auch noch der Betrag, der gespendet wird, weil sie ein Video machen. Damit haben sie schon mal, allein damit haben sie mehr geleistet als du. Gleichzeitig belästigen sie damit die Nachbarschaft. Tun sie nicht. Schafft mich und die Polizei. Die Polizei belästigst auch nur du. Die Polizei interessiert es einen Scheiß, ob da jemand zu Fuß durch einen Kaff irgendwo in Bayern latscht. Interessiert die nicht. Die kommen nur, weil du die rufst. Deswegen lassen die sich eine Viertelstunde Zeit. Deswegen kommen die eine halbe Stunde, nachdem du die gerufen hast, genüsslich mit einer Pferdestaffel dadurch gerettet. Das ist für die ein Nachmittagsspaziergang. Die haben keinen Bock da drauf. Ganz ehrlich, merkt ihr eigentlich, wie sich die Hater verhalten? Mal ernsthafte Frage. Merkt ihr, wie sich die verhalten? Die stellen mich als den Bösen hin. Du bist nur der Böse, bist du nicht. Du bist unfähig. Ich habe meine Meinung, dass Rainer ein böser Mensch... Nein, Rainer ist kein böser Mensch. Rainer ist ein schlechter Mensch. Aber nicht von sich aus. Also Rainer ist nicht aktiv schlecht. Rainer ist ein Opfer seines psychischen Zustands. Das macht es aber nicht besser. Jemand mit Depressionen, der den ganzen Tag nur im Bett liegt und zu jedem Tipp, den man ihm gibt, wie es besser werden könnte, sagt, nee, aber ich habe Depressionen und ich kann nicht... Das ist auch ein Opfer seines psychischen Zustands. Aber deswegen muss man das noch lange nicht akzeptieren. Und bei dir ist das genauso. Du bist ein narzisstischer Wichser, aber nur weil du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast, ist das deswegen noch lange nicht in Ordnung. Damit ihre Schandtaten und bösen Aktivitäten nicht auffallen. Aber sie fallen doch auf. Ich meine, sie laden es im Internet hoch. Es ist nur die allgemeine Meinung, dass das nicht mal anhören so schlimm ist wie das, was du machst. Aber die Mehrheit der Leute, ob jetzt das die Bild-Zeitung ist oder RTL oder weiß der Geier was, stellt mich als den Bösen hin. Ja, denk da mal drüber nach. Wenn die Bild-Zeitung sagt, wer der Böse ist. Ja, ich meine, Bild ist schon platt. Aber wenn... Da musst du doch mal drüber nachdenken. Da ist ein armer, einsamer Typ in Medelfranken und der wird den ganzen Tag von bösen Mobbern besucht. Das ist eigentlich ein Zustand, den sich die Bild-Zeitung wünscht. Weil die da richtig, das können die eigentlich richtig ausschlachten. Und dann stellen sie sich auf die Seite der Besucher. Die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung, die so... Es wäre so einfach, gegen diese Besucher zu wettern. Und das reißerisch irgendwie rauszuhauen. Die bösen Hater belästigen diesen armen Mann in seinem Zuhause. Aber dann tuten sie es nicht. Denk da mal drüber nach, warum das wohl so sein könnte. Weil ich mein eigenes Leben führe und weil ich Leuten die Schnauze einschlage, wenn sie über meinen Zaun klettern. Du schlägst den Leuten nicht die Schnauze. Du hast noch niemandem irgendwas angetan, der über deinen Zaun geklettert ist. Weil du dazu gar nicht in der Lage bist. Hat man doch gesehen. In deinem Video. Da hat man es doch gesehen. Der ist über deinen Zaun geklettert und du hast dich an die Tür gestellt. Du hast keinen Mucks gemacht. Und dann ist der wieder abgehauen. Weil du bist gar nicht in der Lage, körperlich dazu dem hinzurennen und dem auf die Fresse zu hauen. Vorher hat der deine Bulldog-Halle neu gedeckt, bevor du bei ihm angekommen bist. Weil ich mein Privatleben auf mein Grundstück begrenzen musste. Weil ich nirgendwo anders was machen kann. Mittlerweile kannst du es tatsächlich nicht mehr, aber da sind die Hater nicht dran schuld. Ich kann, ich hab das übrigens am Sonntag, um das nochmal kurz anzusprechen. Ich hab sogar am Sonntag, nee am Samstag, ich bin am, das ist Quatsch, wartet mal. Es ist doch auch scheißegal, an welchem Tag das war. Freitag. Montag, Montag, Montag. Warte denn jetzt, es ist doch auch vollkommen egal. Montag war das. Warte, ich schau in meiner Liste. Oh mein Gott, Reino. Nach, das weiß ich dann. Es ist genau wie das Wetter und die Uhrzeit und der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit und es ist alles egal. Du musst nur erzählen, was passiert ist. Wann interessiert niemanden? Montag. Genau, Montag war das. Am Montag bin ich um 22, ich hab gestreamt um 22 Uhr, 22.30 Uhr. Dann bin ich aus dem Stream rausgegangen und wollte eigentlich nicht mehr viel machen. Hab dann aber wegen Pokémon mir gedacht, YOLO, jetzt läufst du kurz zum Feuerwehraus runter, holst dir die Arena, holst dir den Pokéstopp, bla bla bla. Also, gesagt, getan, Schuhe angezogen, Hose angezogen, Klamotten angezogen, rausgegangen, runtergelaufen. Ich war, wie lange brauch ich zum Feuerwehraus und zurück und ich war dann noch ein bisschen da unten rumgestanden und ich hab ungefähr 30 Minuten da... Du warst eine Viertelstunde weg, hast du selbst gesagt. Das war, wie lag, 79? Meine ich, 79, glaube ich. Oder 80, ich weiß es. 79 oder 80, einer von beiden war das. Da hast du gesagt, du warst eine Viertelstunde weg und dann hat sich tatsächlich einer erdreistet und ist mit dem Auto durch dein Dorf gefahren und hat kurz vor deinem Haus angehalten. Und du hast direkt die Cops gerufen. So war das. Rumgegammelt. Also insgesamt. Mit hinlaufen, zurücklaufen. Ich brauch vielleicht fünf, vielleicht zehn Minuten da runter. Und dann stehe ich da unten halt 20 Minuten rum, während ich Pokémon-Stops drehe und die Arena mache und so. Und dann laufe ich halt nochmal fünf bis zehn Minuten nach Hause. Je nachdem, wie viel Zeit ich mir dann lasse. Und in der Zeit war tatsächlich ein Hater hier. Wohl gemerkt, ich möchte das hier noch kurz anmerken. Ich habe es mir ja aufgeschrieben, das war der 17. Fall an dem Tag. Und der 16. Fall waren zwei Personen mit einem Wohnwagen um 20.54 Uhr. Da war ich noch im Livestream. In der Zwischenzeit zwischen 20.54 Uhr, also knapp 21 Uhr und 22 Uhr. Nice, die sind so mit dem Wohnwagen dahin, damit sie da irgendwo pennen können. Das hat Klasse. Camping-Hater. 20.45 Uhr war kein Hater hier. Aber genau. Und danach auch erst wieder am nächsten Tag um 13 Uhr. Also im Klartext, genau in den fünf Minuten, in denen ich aus dem Haus war, war... Ich dachte, es war eine halbe Stunde. Da war jemand hier. Da frage ich mich auch manchmal ernsthaft, bin ich in der Truman-Show? Reiner Zufälle gibt's. Wenn die sowieso den ganzen Tag bei dir vom Haus rumeiern, dann solltest du dich nicht überraschen, wenn da auch mal einer ankommt, wenn du eine halbe Stunde weg bist. Glaubst du wirklich, der beobachtet dein Haus und guckst, wenn da wirklich Hater sind, die dein Haus beobachten, dann gäbe es ganz anderen Content, wenn du mal weg bist. Denn, oh Gott. Oh Gott, was ist das? Wenn ich aus dem Haus war, war jemand hier. Da frage ich mich auch manchmal ernsthaft, bin ich in der Truman-Show? Naja, oh. Oh Gott. Ähm, das Einzige, was dein Leben mit der Truman-Show gemeinsam hat, ist, dass du selbst aktiv dein ganzes Leben ins Internet bläst. Niemand beobachtet dich. Es sind nicht überall Kameras in deinem Haus versteckt. Die einzigen Kameras filmen die Straße, was du nicht darfst. Und der war einfach zufällig da in der halben Stunde, wo du weg warst. Und der hat auch nichts gemacht, weil der höchstwahrscheinlich gar nichts machen wollte. Weitens wahrscheinlich dachte, dass du zu Hause bist. Und drittens, einfach nur zufällig da war. Rainer. Und jetzt nimm deine Fresse aus der Kamera. Hallo? Ja? Weil genau so fühlt sich das an. Ich geh fünf Minuten... Ja, weil du paranoid bist und narzisstisch. Natürlich denkst du dann, dass, wenn da einer vorbeikommt und du gerade nicht da bist, der muss dich beobachtet haben. Rainer, such dir Hilfe. Du leidest unter Verfolgungswahn. Aus dem Haus. Neulich war es genau dasselbe, wie bei uns in Neustadt das Hochwasser war. Bei uns in der Nimmstischkirche, das Hochwasser war. Ja, wo du noch drüber gelacht hast, wie den Leuten die Keller vorlaufen, weil bei dir passiert sowas nicht. Da bin ich für fünf Minuten, zehn Minuten zum Feuerwehraus runtergelaufen, um die Arena zu machen, um den Stopp zu drehen. Und dann mal gucken, ob da auch alles überflutet ist. Wobei mich das letzte da nicht so interessiert hat. Natürlich, das... Na? Oh, Rainer. Der Ort, in dem ich wohne, ist überflutet. Und ich will da mal gucken, obwohl mich das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Merkst du überhaupt, was du da sagst? Ich hab's hauptsächlich wegen den Pokémon gemacht. Ja, das glaube ich. Die Flutkatastrophe interessiert ihn keinen Schein. Da sieht man sie da, ne? Spenden. Pokémon Go. In seinem eigenen Ort helfen? Pokémon Go. Was ist für Rainer wohl wichtiger? Und da war alles voll und dann lauf ich nach Hause und in der Zeit, wo ich rauflaufe, kommt mir ein Nachbar entgegen in Feuerwehruniform, der halt aufpassen wollte wegen dem Zeug, weil er da halt seinen Dienst hatte. Glaube ich nicht. Und sagt halt, ja, bei dir sind schon wieder Vollidioten vorm Haus. Glaube ich nicht. Und ich so, ja, danke, super, scheiße, gleich wieder haben gelatscht. Äh, äh, ich war keine zehn Minuten aus dem Haus. Ja, aber ich dachte, du brauchst ne halbe Stunde. Wenn du brauchst zehn Minuten runter zum Feuerwehrhaus, dann brauchst du höchstwahrscheinlich auch noch ein Stück länger zurück, weil's da bergauf geht dann. Dann warst du nicht nur zehn Minuten weg, dann warst du auch wieder fast ne halbe Stunde lang weg. Keine zehn Minuten. Und da stehen die Leute von meiner Haustür und machen hier Scheiße. Also. Sorry. Ich würde behaupten, da gibt's dann ein Video von. Ich bin nicht so aktiv auf Twitter oder in irgendwelchen Telegram-Gruppen. Kann gut sein, dass das an mir vorbeigegangen ist, dass es da irgendeine Auseinandersetzung mit den Hatern vor seinem Tor gab. Hab ich jetzt so nix von mitbekommen. Sorry, aber geht's euch noch gut? Und dann... Also würde ich einfach mal behaupten, dass es nicht passiert. Behauptet man über mich, dass ich so scheiße bin? Bist du ja auch. Gut, kommen wir jetzt zu einem anderen Fakt. Oh, ein neuer Fakt, eine neue Lüge. Da knatscht der Stuhl, der hat auch keinen Bock da drauf. Ich hab schon gesagt, ich möchte das auch noch ansprechen. Was die Bilder angeht und die Aktivitäten, wie dass die Leute mein Tor einreißen, Farbe auf mein Grundstück schmeißen, mich mit Eiern bewerfen und was weiß ich noch alles. Da ist das Geschrei im Internet immer riesengroß. Schaut mal, das ist doch total scheiße, sowas macht man nicht, lasst den halt in Ruhe oder lasst zumindest so eine Scheiße und so weiter. Und dann schaue ich mir die Situation mal genauer an. Als hat einer auf das Grab von meinem Vater gepisst. Das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Da gab es gestern oder vorgestern ein Video oder ein Bild dazu. Es gab in der Vergangenheit auch schon so ähnliche Aktionen. Ja, es hat mal einer, ich glaube, ein Bier auf Rudi gegossen. Muss auch nicht sein. Witze über SS Rudi ist eine Sache. Zu seinem Grab gehen und da, Mist, nee, da bin ich raus. Es waren zwei so Vollidioten, der Typ und der Tusse, mit einer Schaufel am Grab von meinem Vater und haben sich so in die Kamera gegrinst. Dann gab es, warte kurz. Okay, das ist eine Anspielung auf Rudi aus Buddeln, aber auch das, nee, Mann, lass doch sein Grab da in Ruhe. Das tut wirklich nicht gut. Das muss nicht sein. Dann gab es den Fall, dass jemand Bier auf das Grab von meinem Vater gekippt hat und gemeint hat, ja, du bist da echt das Arschloch gewesen, wie du deinen Sohn erzogen hast und so weiter und so. Ich glaube, der hat was anderes gesagt. Ich glaube, der hat gesagt, du bist sicher enttäuscht mit dem, was aus deinem Sohn geworden ist, aber da könnte ich mich auch irren. So oder so. Uncool. Muss nicht sein. Sofort. Und labert so eine Scheiße zu dem Grab meines Vaters. Absolut kein Respekt, absolut nichts heilig und so weiter. Und solche Leute, dann heißt es bei solchen Aktionen jedes Mal im Netz, das ist voll scheiße, lass das doch mal. So eine Scheiße könnt ihr nicht bringen. Das ist zwar scheiße, was der macht, aber das ist ja wohl absolut das Letzte. Ja. Ist doch richtig so. Rainer macht scheiße und das kann man Rainer auch gerne erzählen, aber zum Grab von seinem Vater muss man doch noch lange nicht gehen. Das ist vollkommen korrekt. Erzählen kann das jeder, aber... Ja, was sollen sie denn machen? Sollen sie die Leibstandarte Rudi vor seinem Grab aufstellen und da aufpassen, dass da keine Hater kommen? Rainer, in was für einer Utopie lebst du? Leute, die nur im Internet irgendwie rumeiern oder hier vor meiner Haustür stehen und wenn sie nur rumschreien, die sind kein Deut besser. Doch, würde ich mal behaupten schon. Willst du mich gerade mit einem vergleichen, der zum Grab von deinem Vater geht und da drauf pisst? Oder die Leute, die vor deinem Haus sitzen und Kuchen essen? Dass das same same ist. Da stimmt irgendwas mit der Verhältnismäßigkeit nicht. Das ist für mich, in meiner Situation, in meinem Blickfeld, ist das nichts anderes. Das ist kein Stück besser als all die anderen Aktionen. Das ist immer ein riesen Geschrei. Ja, lass das, lass so einen Scheiß und dann passiert sowas trotzdem wieder. Ja, weil sich die Leute von Leuten im Internet in der Regel nichts sagen lassen. Das... Ich kann hier sitzen und sagen, das ist unnötig, das ist uncool, das muss man nicht machen. Wenn da einer hingehen will und scheiße auf dem Grab von deinem Vater baut, dann wird er das machen. Dem ist doch scheiße. Wenn der so weit ist, dass der sowas macht, dann interessiert den auch nicht, was irgendwer im Internet erzählt. Vor allem ich persönlich, ja, wenn mich auf das Grab eines, äh, von, auf, von, zu dem Grab eines Menschen hinstelle und da hinpisse oder, oder so Fotos mach, oder so Videos mach, da frage ich mich ernsthaft, wie wenig Schamgefühl müssen diese Menschen haben. Es wird mir schon vorgeworfen, dass ich keins besitze. Hast du ja auch nicht. Was ist dann mit solchen Leuten, was... Ja, die sind auch scheiße, Rainer, aber das hat nicht, das... Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Du sagst, das ist same, same, wenn die Leute, die zu deinem Haus gehen und zum Grab von deinem Vater... Ist es nicht. Ich glaube, die meisten Hater, gerade die, die aktiv im Internet sind auf YouTube, finden das nicht okay. Aber du stellst die wieder alle auf eine Stufe und das gibt wieder... Das, das befeuert die Leute, die zu dir fahren. Die gehen dann zu dir, zu dir nach Hause und dann sollst du denen mal erklären, wie oft das Grab von einer fremden Person pissen, gleichzustellen ist, wie die Leute, die im Internet über dich reden. Sowas wäre mir zuwider, sich da hinzustellen, so eine Scheiße zu verzapfen. Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass diese Vollpfosten, ja, daherkommen und so eine Scheiße verzapfen. Na ja. Letzten Endes... Letzten Endes... ...ist es völlig uninteressant. Ja, warum redest du denn darüber? Das hat letzten Endes absolut keinen Sinn, ja. Ähm, darüber zu diskutieren. Ich persönlich würde einfach nur behaupten, wir lassen es mal an der Stelle. Ähm, entscheidet selbst, wie ihr weiter vorgehen wollt. Ich sag gleich, äh, wenn ihr mir weiter auf den Sack gehen wollt, mir wird immer vorgeworfen, dass ich nicht nix durchziehe und nix fertig mach. Aber nur weil ich... Da kommen jetzt noch zwei Minuten, obwohl er fertig ist. Ich bin wirklich mal gespannt, was er da jetzt noch zu erzählen hat. Meme-Frame übrigens. Wenn ich ein Projekt verändere oder ein Projekt beende oder ein Projekt neu starte oder irgendwas anderes mache, heißt das nicht, dass ich aufgebe. Weil das... Ja, dann wärst du ja besiegt und du bist unbesiegt, äh, auf ewig. Was ich wirklich mache, ist YouTube. Und bei jedem YouTuber gibt es irgendwann mal einen Punkt, an dem er sagt, er möchte andere Sachen machen, er möchte andere Wege gehen. Ich bin ein bisschen flatterhafter als andere und mach schneller andere Sachen als vorher. Hab weniger Lust auf das eine oder sowas. Das ist ja auch okay. Aber was du machst, ist, du kündigst an und dann machst du gar nichts. Du hast jetzt deine fünf Kommentarvideos hochgeladen, ähm, was du ja anscheinend irgendwie in einer Session aufgenommen hast. Und da wird nichts mehr kommen. Weil dann müsstest du das ja wieder machen. Dann müsstest du dich ja nochmal hinsetzen. Und da hast du keinen Bock drauf. Vier Drachen und die Schanze und der Metal, oder wie es auch immer heißt, ist ja auch gestorben. Auf die Dragon Mondays hast du auch keinen Bock mehr. Du hast gesagt, du willst wieder das Drachenlord-Format machen. Ähm, hattest du nicht gesagt, dass du das Drachenlord-Format eigentlich scheiße findest? Ne, was denn jetzt? Aber das macht halt mich aus. Das macht meinen Kanal aus. Was, äh, Inkonsequenz, äh, Faulheit und niedrigste Qualität? Da hast du allerdings recht. Das macht deinen Kanal aus. Das macht auch Leute, die meinen Kanal mögen, auch aus. Ich glaube, es gibt keine Leute, die deinen Kanal nur so am Rande. Die mögen das auch, dass da öfter mal was Verschiedenes kommt und unterschiedliches Zeug kommt. Es kommt ja nichts Unterschiedliches und Verschiedenes. Da wandert der Blick nach oben rechts. Da spinnt sich gerade irgendwas zusammen. Es ist immer das Gleiche. Es geht um die Hater. Es geht ums Rechtfertigen. Und es geht ums Ankündigen. Das sind die drei Sachen, um die es geht auf deinem Kanal. Gut. Am Ende ist es wie immer. Ich bin hier. Ich mach seit acht Jahren... Ah, jetzt geht das wieder los. Da hat er die Scheibplatte wieder rausgekramt. Ich mach seit acht Jahren, YouTube. Seit acht Jahren die gleiche Scheiße. Ich geh seit zehn Jahren meinen Kanal. Seit acht Jahren mit Hatern. Und ich bin immer noch hier. Andere... Unbesiegt auf ewig. Die YouTuber labern immer von Gott und der Welt, dass sie immer so viele gute Sachen machen wollen. Ich hab davon noch nichts gemerkt, weil mir keiner von denen helfen will. Warum sollten sie auch? Und wenn doch, ziehen sie plötzlich den Schwanz ein. Die helfen halt Leuten, die tatsächlich Hilfe brauchen. Und vor allem Hilfe auch annehmen. Du nimmst keine Hilfe an. Du willst, dass die Leute Geld in den Hals schmeißen für gar nicht. Wie gewisse Leute... Und ich rede jetzt nicht nur von einer Person. Da gibt's mehrere. Ähm, und äh, wieder anders, äh, ja. Es gibt immer so viele Möchtegern-Gutmenschen, die immer sagen... Er wird grad ein bisschen emotional und er redet sich ein bisschen in Rage. Das merkt man immer daran, dass er jetzt ein bisschen nervös ist. Merkt man an dem Geflatter von seiner Schulter, weil er wieder mit dem Bein am rumwippen ist. Ja, das ist voll scheiße und so. Und scheiße und scheiße. Er kriegt auch ein leichtes Bibbern in der Stimme. Ich hab immer das Gefühl, er fängt bald an zu weinen. Aber reden kann jeder. Auch ich kann reden. Aber damit werde ich nichts verändern. Ich versuche auch, durch meine Taten was zu verändern. Und durch mein Beispiel und so weiter. Ja, durch deine Taten. Was denn für Taten, Rainer? Du machst doch nichts. Du erzählst immer, du willst machen. Aber du machst nichts. Vorbild und meine Funktion als jemand, der versucht, ein Vorbild zu sein. Vorbild für was? Wie man Leuten im Internet das Geld außer Tasche zieht. Das Geld außer Tasche zieht. Auf stümperhafteste Art und Weise. Aber... Und das Schlimme ist, es gibt ja auch noch Leute, die machen das. Ich verstehe das nicht. Diesen einen Typen mit dem Drachenrang. Das kann ich mir eigentlich nur erklären, dass er sich den selbst geholt hat. Um irgendwie zu zeigen, es gibt Leute, die das machen, dann könnt ihr das auch machen. Ich kann mir nur zwei Arten von Menschen vorstellen, die das machen. Leute mit zu viel Geld, die Ausgaben brauchen für die Steuererklärung. Vielleicht können sie das ja als Spende absetzen, ich weiß es nicht. Und Leute, die auf demselben geistigen Niveau sind wie Rainer. Die so ein bisschen zurückgeblieben sind. Die tatsächlich denken, dass das ein Mobbingopfer ist. Und dass der nur sein Leben erlebt und von den bösen Leuten geärgert wird. Und das finde ich traurig, dass die dann auch noch ihr Geld für sowas ausgeben. Denn man muss bedenken, das was Rainer da macht, ist effektiv Betrug. Das ist richtig direkter Betrug. Der zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Für eine Leistung, die sie nie kriegen werden. Und wo er sich im Vorfeld schon rauswindet, dass er hinterher auch sagen kann, ich habe nie gesagt, dass ihr diese Leistung kriegt. Das ist das, was Rainer tut. 100 Euro, GDA-Crew. Aber dass ich jemals mit euch GDA spiele, habe ich nicht gesagt. 50 Euro Discord, aber dass ich jemals in dem Discord selber drin bin, habe ich nie gesagt. Äh, Community-Posts angucken, aber dass ich welche schreibe, weiß man nicht. Das ist Betrug, Rainer. Das ist hochgradig illegal. Und glaub mal bloß nicht, dass die beim Gericht das nicht mitkriegen. Das wird alles mit da rein spielen. Was auch immer passieren wird bei deinem nächsten Gerichtstermin, irgendwas wird passieren. Vielleicht landest du nicht im Knast, aber irgendwas wird passieren. Du wirst irgendeine Art von, 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 äh, für dich negativer Rückmeldung auf diese ganze Scheiße, die du abziehst, bekommen bei deinem nächsten Gerichtstermin. Die werden dich dann nicht einfach so ohne alles wieder rausmarschieren lassen. Da wird irgendwas kommen. Das glaubt man. Das Problem ist, ich werde in jeder Situation dagegen behindert. Also kann ich dagegen nichts machen. Ja, weil das, was du machst, ist halt einfach vollkommen wertlos und dumm und unnütz und falsch. Deswegen wirst du da auch behindert, weil die Leute, die, die Leute wollen nicht, dass du das machst. Weil wenn du das machen würdest, das würde nur noch mehr Schaden anrichten. Und trotzdem versuche ich es immer noch. Ja, weil du nicht verstehst, dass, dass du unfähig bist und es dir überlassen solltest. Ich bin immer noch hier, ich mache immer noch weiter. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Drache. Haut rein. Und einen Vlog wird es heute auch noch geben, aber der wird dann natürlich für alle freigeschritten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Haut rein, euer Drache. Tschüss, tschüss. Das war ja wieder sehr erhellend. Man sieht, es ist immer noch dasselbe. Ich weiß nicht, was da mit Rainer los ist. Er versteht es nicht. Dass das nicht in seinen Schädel reingeht. Ich bin gerade, ich weiß nicht, ob ich das hier im Video drin lasse. Ich schneide es wahrscheinlich raus. Rainer lebt halt einfach in dieser Welt, in der er ja nichts getan hat. Er lebt in einer Welt, in der er nichts getan hat. Er hat nie irgendwas falsch gemacht. Und trotzdem kommen die bösen, bösen Hader zu ihm. Und er versteht es einfach nicht. Er will den Leuten doch nur helfen, indem er sich Pokémon Go Coins und Skyward Sword kauft. Und dann behauptet, er hat kein Geld für die Spenden, für die Flutopfer. Das versteht er einfach nicht. Da kann man manchmal ein bisschen Mitleid mit ihm kriegen, bis man dann merkt, wie er sich ansonsten so verhält. Dass er wirklich an dem, was da passiert, überwiegend selbst schuld ist. Und damit, mit dieser Aussage melde ich mich jetzt ab. Ich bin der Flecken Kaffee gewesen. Ich hoffe, wir hören und sehen und schmecken und riechen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Nell off. Nell off.